Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Return to Monkey Island. Wir können Flair ihr Messer zurückgeben. Ich habe deinen Knopf gefunden. Meine Großmöse. Danke, Swabby. Ich habe keine Ahnung, wie du das ausfällst, aber ich glaube, ein Problem ist ein Problem. Ich wähle für deinen stupenden Plan. Hooray! Dann gehen wir doch mal rein. Wir wagen es. Du, Swabby, komm her. Du bist neu zu meinem Schiff. Ich möchte alle meiner Crew treffen. Was ist dein Name, Swabby? Guy, Bro, äh, Mike. Bloodsword, Defeat, Crazybeard, Debeardless. Haha. I gauch are the reckless. Swabby is fine. Swabby is fine. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Um... Don't forget the keelhauling tomorrow at four. I like to think of it as a team building exercise. I won't. What? Putra makes a compelling case for promotion. Is this about a promotion for Putra again? I've told her a hundred times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you be first Swab, you'll be needing to fill out the Swabby Report. Take this report, fill it out and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's Grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Okay, was haben wir hier? Locked Messes found around the ship. Return to Iron Rose for her initials. Ah, it's gone again. We have to get to it again. Erg, do you know? We have to get to it again. We have to get to it again. We have to go back. Right here, we have to go up. Geh wieder hoch. Also, da mal Mess. Potions stain on upper deck. Wo gibt's hier noch Sauerei? Reden wir nochmal mit dem Flambe. Vielleicht weiß der, wo man das Gewürz herbekommt. Wirken hart? Never. Ne, anscheinend nicht. Keep up the bad work. Always. Ah, die sind ja lustig. Keep any and all limbs away from the bars. Eeeh. Devil crabs like limbs, apparently. Shouldn't ye be swabbing? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir den, den Mob mit nach oben nehmen können. Wie können wir das vielleicht kombinieren? Und dann... Hiding Putra's Promotion-Request in mit meinem Swabby-Report, wird gar nicht auswendig sein. Putra braucht ihre Request, um sich selbst von LeChuck zu beantwortet, nicht der Quartermaster. Und dann fragen wir doch mal ein bisschen über die Secret of Monkey Island. Why exactly are you trying to find the Secret of Monkey Island? The Secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist. That it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil. And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Threepwood. Wood, with two O's. What was your name again? Uh, Swabby, with two B's. Mind if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. That be the one true map to the Secret of Monkey Island. Procured by me at great expense and no small amount of trouble. So I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Now get out of here so I can think. What do you want, Swabby? Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy pants wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved and I will eat his heart at the gates of hell. No. Did you really love Elaine or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby. Now get out of here so I can think. Can we do something with this shield? No. I want this map. Hmm. Yeah, no, I have no idea. That's my private area, Swabby. So, let's go down. I'm not sure if this is an ectoplasm or what. Ugh. Dann können wir die Sauerei, die wir selber gemacht haben, aufschreiben. Ugh. Guess I should have cleaned that. But I'll leave it for the next Swabby. Schauen wir mal. Was steht da drin? Three spots in hold. Hehe. Splatted ghost chicken glop and hold. Potion stain on upper deck. Zwei Stück noch. Schauen wir hier rein. Das würde es immer dauern, um hier zu itemieren. Ich würde nur eine Blankentriff für die ganze Galle machen. Entire Galley ist ein unsanitärer Desaster. Wir brauchen noch eine Sauerei. Was ist das denn? Was ist das denn? Einige former Crewmitglieder, die es nicht funktioniert hat. Yikes. Es ist eine Delikazie. Retreat. Jetzt brauchen wir noch einmal irgendwo Sauerei. Sollen wir vielleicht aufschreiben, dass der eine deinem Bruder hängt? Okay. Greasy pothole. Für den meisten Dreck an Bord sind wir verantwortlich. Sowas. Ja, machen wir gerne. Wir sehen die Papers. Wir sehen die Papers. Es ist ein Stack Papier, die für LeChucks Signature warten. So wie dieser Zettel hier. Es ist ein Stack Papier, die im Pupress Promotionspapier, bereit für LeChuck. Ja, wer liest als Vorgesetzter schon so genau, was alles vorgelegt bekommt. Dafür hat er ja die Untergebenen, die ihm die richtigen Papiere geben. Oder? Ja, 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 ja. Guck mal. Ja, ja, ja. Guck mal. Stammt. Ja. Ja, dann? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nein, und das ist es. Schrifft. Von einem wunderschönen Weg. Es ist ein bisschen mit einer wunderschönen Weg. Wenn ich jetzt das hochbringe, ist das sicher nix, aber Hm, keine Ahnung. Vielleicht bekommen wir es von dem Demon selber, den Demon Pepper. Ist hier irgendwas? Ich glaube, dann probieren wir es einfach mal aus und schauen, an was es scheitert. Wir müssen das mit irgendwas kombinieren, ne? Oh. Weiß ich was? Slayer? What is it? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. I guess it's a good sign if they're not trying to leave? Yeah. Chloe? Wo haben wir noch Flammen? Müssen wir es ihm vielleicht einfach auf den Kopf setzen, als Hut? Nee, Surf wollen wir nicht. Working hard? Never. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Keep up the bad work. Always. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its blindness offens me, even at a distance. Scotch Alaska must be like a hot poker to the tongue. Nee, wir können es auch nicht auf seinen Kopf setzen. Was war das? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now, because I'm having a crisis of faith. about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Hmm, okay. I don't have time for that right now. It's all stuff, which LeChuck has to approve anyway. It's a stack of papers stamped by LeChuck. Okay, sie will das gar nicht mehr. Will er das Zeug lesen? How about a little light reading? Are you kidding? Reading those sounds like actual work. F***, no thanks. Das gefällt mir also nicht. What? Take the veil. Das geht nicht. Das geht nicht. Was willst du, Swabby? Hm, gehen wir mal. Oder hätten wir das andere auch noch sagen sollen? Ja, was machen wir denn jetzt? Die zwei haben wir. Ich erinnere mich, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose wähle. Also, ich werde das auch machen. Whatever way Rose votes, das ist wie ich wähle. Danke für mich. Oh. Okay. Demon pepper. Uh, I think I'll skip dinner tomorrow. Was haben wir denn noch? Was könnte uns helfen, das hier aufzuwärmen? Oh. Oh. Looks like it's empty. Okay. Kann man nichts reintun? Okay, Murray, I just need one more thing from you. You tried to smash me and drown me and I have emerged unscathed. Well, almost unscathed, but there's nothing you can do that will harm me. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? Please make me dangerous. Ready for cannon firing. Better get my hands on the Chuck's map first. Okay, aber geladen ist auch schon mal. Das darf man nicht vergessen. Sie ist nicht inspiriert. Wie können wir das Feuer verstärken? Das bringt's alles nicht. Nevermind. Nevermind. The crow's nest is up there. Was könnte ich mit dem machen? Da gibt's nur Surf. Muss ich ihnen Hut bauen? Aber ich weiß auch nicht aus was. Ich hab nichts mehr gefunden, was ich kombinieren könnte. Das bringt mir noch nichts. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Sea shanties? Nope. Clog dancing? Not so much. Bowling? Nah. Flea circus? Nah. Keel hauling? Nah. Embroidery? Not really. Not really. Improvisational theater? Nope. Model shipbuilding? Nah. Animal husbandry? Not really. Basket weaving? Nah. Meditation? Not so much. Yodeling? Well, no. Carpentry? Nope. Whittling? Nope. Whistling? Well, no. Philosophical discussion? Well, no. Then my good gone eggs. Water ballet? Well, no. Gin rummy? Nah. Checkers? Not really. Historical novels? I do enjoy reading. Aha! Biographies? I do enjoy reading. Autobiographies? I do enjoy reading. Adventure stories? I do enjoy reading. Travel guides? I do enjoy reading. Selbsthilfe-Bücher? Ich genieße es, zu lesen. Krise-Thriller? Ich genieße es, zu lesen. Spekulativer Fantasie? Ich genieße es, zu lesen. Romance-Novels? Ich genieße es, zu lesen. Lesen? Ich genieße es, zu lesen. Okay, wir werden sehen, was ich finden kann. Ja, das wissen wir aber auch alles schon. Ja, sollen wir noch mal unter Wasser gucken, ob die andere was weiß? Hey, Gullett. Kann ich dir was holen? Du kannst dir wissen, wer das Schiffsschreie dreht, um es auszuprobieren. Ich könnte ein Leger oder was zu verlieren. Ich werde sicher, dass ich das überrasse. Ah, ja. Er ist da ziemlich sicherlich verbunden. Also, Ruder drehen. Es ist so lang, bis er ganz laut schreit. Irgendwie bringt das wohl nichts. Nee. Das Bein ist wohl nicht abgegangen. Das funktioniert vielleicht auch erst, wenn wir alles andere haben. Ja, okay. Also, das hilft uns erstmal nichts. Müssen wir uns aber merken. Wir können auch das Bein nicht einfach abschneiden. Gut. War aber ein Versuch wert. Dann können wir als nächstes nur ausprobieren, wie wir das Ding jetzt hier wärmer bekommen. Oder ob wir den Pfeffer irgendwo finden. Bis jetzt habe ich es aber noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir es noch ein bisschen. Ich schaue mal noch ein bisschen rum. Machen wir aber nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal.